Länderspiel, Schicht in Sternen geschrieben Der FC Bayern München ist der erfolgreichste Fußballklub Deutschlands. In unserem News-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten kreisförmig weil den Rekordmeister Karne glänzt in 100 Mittwoch, 11 September 2024 Bayern Star Karne glänzt in 100 Länderspiel, Schicht in den Sternen geschrieben Sein perfektes Jubiläumsspiel samt Zweierpackung in goldenen Schuhen hat Harry Kane noch lieber Neigung auf Tore gemacht. Ich versuche, mir sogar nie Grenzen zu setzen, welches ich erreichen kann. Ich weiß, dass ich Optionen bekomme, sobald ich in diesem Team spiele. Und sobald ich Optionen bekomme, kann ich viele Tore schießen, sagt der Englands Stürmerstar hinter seinem 100-Länderspiel, dasjenige er, fast denn doch standesgemäß, mit einem Zweierpackung krönte. Beim 2-0, 0-0, in der Nations League gegen Finnland erzielte der Profi des deutschen Fußballrekordmeisters Bayern München beide Tore, 57, 76, und freilich in auffälligen goldenen Schuhen. Bei seiner Auswechslung in der 79-Minute gab es von den Fans in dem Wembley-Stadion Ovationen. Interimstrainer dem Wind abgewandte Seite Kaslay sagte jenseits Kane, es ist so eine besondere Nacht für ihn. Auch Torhüter Jordan Pickford erklärte in dem Sky-Interview, es stand in den Sternen geschrieben. Dienstag, 10. September 2024 heftige Bemängelung an Sané, hoffe, dass er sogar mal wach wird. Der ehemalige Bundesligaspieler Raphael van der Vaart hat sich den Kritischer zu Leroy Sané geäußert. Aus meiner Blick ruft er denn doch 20% seiner unfassbaren Qualitäten ab, sagte der Niederländer in dem RAN-Interview. Ich hoffe, dass er sogar mal wach wird, dass ihm einer in den Arsch tritt. Die 20% würden denn doch reichen, weil zu glänzen, sagte der 41-Jährige. Auf welchem Höhe Sané seine Betrachtungsweise hinter der die das ihm Gehörende müsste, lesen Sie hier.